Hallo Leute, ich würde euch jetzt gerne mal erzählen, worauf es bei mir bei der Grundstückssuche drauf ankam. Natürlich, die Größe ist, einmal entscheidend für das Bauvorhaben, je nachdem was du vorhast zu bauen, andererseits die Lage. Ja, für mich war es wichtig, eine ruhige Umgebung zu haben mit viel Grün, aber auch eine super Andockstelle zur Autobahn, zur Stadt, da bin ich schnell drin, aber auch Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Kindergärten. Ich bin jetzt zwar noch Single, aber das kann sich ja alles schnell ändern und gerade deswegen ist es wichtig, alles mit einzubeziehen, euch damit ein paar Tipps zu geben, wie man vielleicht bei der Grundstückssuche vorgeht und ich bin super zufrieden mit dem Grundstück, freue mich drauf und denke, ich habe hier eine gute Wahl getroffen.